Ich bin Pastor Henry Hildebrandt. Hier Lektion Nummer 3 mit Brother John Hildebrandt Taub von Bolivia. So, dass ich euch gesagt habe, wir sind breit am Haar und dafür sind wir sehr dankbar. Man muss nicht in Freundschaft sein, aber wir freuen uns. Wir wollen nicht sagen, wir können ein Wort in einem Seil sein. Seid ihr, seid ihr verwirrt. So, wir nehmen das Tömer hier durch. Wir sind in Israel, in Abraham, in den Samen. In der Ferien-Lektion sehen wir, dass Abraham zwei verschiedene Sorten von Kenia. Und es gibt zwei verschiedene Sorten von Juden. Und es gibt zwei verschiedene Sorten von Jerusalem. Das jästliche und das fleischliche. Und was ihr das wirklich habt. So, hier ist unsere dritte Lektion. Was wir hier noch betrachten? Ein Ding, was ich bisher sah in der Umfang, wo unsere Töcher waren, war ein normaler Morgen. Da sind zwei Dinge, die immer wieder zu Hause waren. Aber wo dort das ist, wo wir waren. Immer war der Hohlen in einem Meier-Nembring. Und war der Hohlen in einem Meier-Nembring. Wegen in der Wahrlichkeit, die Bibel ist nicht in seiner großen Bibel. Wenn die dort erst einmal verstohlen konnten, wo wir reden, der dreht bloß von zwei Sieden, von dies dann, dies dann da. Der dreht von den schmalen Weichen, den Breidenweichen. Das gehört, dass du das erwähnt hast, wenn die Bibel zum Beispiel durch der Bibel eine Offenbarung. Ich habe zu mir ein Freund gesagt, wir waren hier in der Offenbarung und lesen dann. Wird meint nicht was schlechter. Wird meint rein. Wird meint herrlich. Und dann wird das Piotr, dann redet das nicht von dem Sintel, dem Wesen. So, die Bibel wird sich nicht weiter sprechen. Die Bibel wird sich sehr unterstärken. Du kannst es, wie du sagst. Wenn du erst einmal den Faden, wenn du doch verstohlen kannst, da trägt sich die Bibel durch. Das ist in Wahrlichkeit nicht so schwer zu verstohlen. Das ist nicht bloß der Böge von der Offenbarung. Daniel wird so ja so reden in der Offenbarung. Hesekiel redet so ja so in der Offenbarung. Wenn du einmal verstohlen kannst, am Wort geht das hier. Am Wort geht das hier. Dann soll ich wieder auf der Trakratze auf mehreren der Böge von der Offenbarung. Und dann kannst du lesen, Jesaja, Jüste Mose, Offenbarung. Wenn du das einmal willst, dann ist die Bibel in Jesaja lang nicht mehr so kompliziertes Böge. So, wir haben den Unterfangen in Jüste Mose, Kapitel 12. Das ist ein Farsch, wo du von der Umarache über die Nurrechten kommst. Und viele Menschen, das ist vielleicht ein von der ganz bekannten Farschen, die wir hier wollen lesen. Was wir lesen? Vers 1, Vers 3, Vers 7. Vers 1, Vers 3. Vers 1, Vers 3. Der Herr sagt zu Abraham, verloh dein Land, deine Lieder, in dein Vater, sein Haus, und geh nach einem Land, das ich dir wiesen will. Und das wird das Land können. Yes. Ich will von dir in ein geräutet Fall merken, und ich will die Sehnen. Ich will deine Namen weit bekämpfen, und du wirst ein Sehnen sein. Ich will die Sehnen, die die Sehnen, und ich will die einen Fluch abbringen, die einen Fluch abbringen. Und durch die wurden alle Välter abbehebt, die Sehnen. Vers 7. Vers 7. Dann kann der Herr nun Abraham in Sehnen. Ich will denen nun kommen, das Land geben. Dann büht Abraham durch einen Autor für den Herrn, der nur am gekommen wird. Ein jemanden trübelt an einem Wettere Plotisch, haben sie schon mal in den letzten paar Jahren lesen gelehrt. Ich glaube nicht, dass ich das reiche. So, das ist, in diesem Fall, besonders dieser würde es sagen, dass wir die Sehnen, die wir auch sehen, du sind von den Menschen abbreche Menschen. Ich nenne noch nicht Hechler, ich sage nicht, dass die unabbrechtig sind. Die wollen die Bibel in der Stadt. Und durch diesen Fall, feiern sie sich so, sie wollen Israel in den Städten, in der jeweiligen Geld. Das sind viele Menschen, die schwarzen Menschen, die geben Geld in das Nebende von diesen Fall. So, da ist es dann auch sehr wichtig, wenn wir auf diesen Fall, wie wir dort waren, überfingen, ab wo die die Fallen haben, das wir in der Ferienlektion gesagt haben, die die auf die Jäsel gesieden haben, die Jüden, oder die die auf diesen Samen haben, die Unterstattung, die soll entweder hier sein oder hier sein. Und dort, wo wir nun waren, darf ich nehmen. Wohin sollen wir unsere Städten zu sehen? So, wenn wir nun ganz kurz vor den Kriegungen noch an der Ferienlektion, müssen wir dann da auch reden, wenn Jesus nun würde reden, zu den Pharisäern, heißt es, die Pharisäer, die Pharisäer, so, würde Jesus zu den Pharisäern sein, würde Jesus zu dem Fall sein, wenn die wollen diese Pharisäer sehen, dann würde er auch sehen. Oder zu wem, warum sind Jesus zu den Pharisäern? Wohin die Abrams in den Kängel wären, und so, und dort weht wieder, wie man anfing, zu wem sagt er, wie ist das? Also, Pharisäer können das wirklich bewiesen, nur im Geschlechtsregistern, können das bewiesen, dass sie wir in Abraham sind in den Kängel. So, wo das Wort gehalten haben, die Pharisäer, die wir in den Jüden, wo das Wort gehalten haben, dass sie da gesehen haben, und sogar Jesus, der auf einer steht, ak weit dort, dass die Abrams in den Kängel sind. Einige sagt er, wann die wir, aber unterste sagt er, ak weit dort die sie sind. So, das kostet immer an, dort lesen, kostet ihr hier, der Rätung von 2.7, wenn man die dort, einmal weiten das, ah, aber einige sagt er, wann die wir. Wie ich kenne mal, Jesus selbst wären Jüden, und all die Jünger wären Jüden. Yes. So, worum mögt Jesus ein Unterschied zwischen den Jüngern, den Aposteln, worum mögt Jesus ein Unterschied zwischen den Jüngern, da wären die Jüden, die Pharisäer sind Jüden, und die Jünger sind Jüden. Worum? Weil es der Jünger, der Apostel, der Jünger hier oben nennen, der Jünger, der sagen, der jästliche Sied, und die Pharisäer halten sich bloß an der fleischliche Sied. Yes. So, was hier noch sehr wichtig ist, dass Gott redet zu Abraham, das weiß wie nicht alle. Das ist ein Verschen, das Gott kam nach Abraham und sagt, die Vers 1 sagt das, in Gott kam nach Abraham, und dann sagt er, wo er den, dann sagt er, ich werde dir eingeroertet, folgt mir. Und ich werde die Sänen, in alle, dann sagt er, in alle Familienzahlen gesehen, und da wollen wir nicht davon reden. Gerade nur, weil ich die Frau stellen, wenn die sagt, Abraham, ich werde deinen Samen ein Säen geben, das darf zwei. Die Frau ist eine wohnsamen Säle in Säen kriegen. Ich sage, bloß dort eine Porte. Nur weil wir, weil wir nicht mehr würden kennen, so zu sagen, Paul ist hier in der Stube anruhen, und sagt, Paul ist, sag dir mal, wenn wir uns zu tun haben, du lebst an dieser Tietbahn, du hast ein Dahl gesagt, und Menschen glauben, die Menschen glauben, die Paul ist von der, und viele Meier aus dem Mian, die du brauchen. Wenn du von der, wo aber wechst, und wen will die glauben, den Brahan in Jean-Hobrond, oder weil die Polis gelaufen, die würden sagen, oh, Polis, Gott wird wie groß genug, oder wie ein Apostel. So, würde dann nicht wahr sein, wenn wir nicht mehr sehen, dass der Apostel Paulus so zu sein, komm dich mal du, so hat mein Amst, und weil wir die immer eine Frau stellen. Paulus, wem mein Gott, aus Gott Abraham sät, den Samen, wo ich diese Säen skippen, rede von, von wohnsamen Rede, von dessen, oder von dessen, wo du nicht reichst hast, wenn dann habe ich in der Säue, so zu sagen, in der Säue, hohert wird, von den Paulus, wird alle Mohnen gelaufen, nicht. Wir haben auch in der Bibel gelaufen, dass Paulus gelaufen ist, wenn er sagt, oh, die verständlich, doch wie ein Apostel. Und du tust, den Galaterbrief, hat das Paulus geschrieben, so werden wir uns, so zu sagen, den Sinne wird hier von den Dach holen, und dann werden wir die Frau stellen, sagen Paulus, wo mein Gott, aus der To Abraham reden, in der wohnsamen Meinde, weil wir mal lesen, ein Galater Kapitel 3, versast ihn. Galater 3, versast ihn. versast ihn. Aber das Farsche, weil wir langsam, ich darf nicht nehmen, in Säue, mit öblichen Uhren, so zu sagen, beharchen, was er zu sagen hat. Galater 3, versast ihn. Wot Abraham verspreken wir, hier, der war, in den Nieden Testament, hier, ganz treibend hier. Wot Abraham verspreken wir, wir verahmen in sie Nukumen. Okay, wenn wir nicht hier stellen, dann. Abraham, Gott seht, Abraham, eck war, die ne Nukum schaft, wird jedem. So, wir wollten nicht, da auf 2 stecken, dort haben wir in der 1. Lektion, so erklärt. So, so nach weit wie nicht, was, nach sagt er, was, eck war das für die Nukumen haben. die wollt wie dort, ein von dieser Nukum schaft, was ein Sehen haben. Da, dort sag ich nicht, in seine Nukumen, nicht an Fehler, bloß an einem, in der einer, als Christus. Okay. Könnt ihr das in Englisch lesen? Yes. Wir sagen, das in der Englisch her. Das sag ich hier, Now to Abraham and his seed were the promises made. He say if not, and to seeds, as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. So, wenn wir nun diesen Versch nehmen, mit der Lektion, was wir die vierte Lektion deuten, und wir sehen, du werden zwei Sarten zusammen. Die Frau, als nun Gott, redet zu Abraham, zu wem versprüft er diesen See? Nur das nun, dann versprüft Gott Abraham, dort der Sehen wurde an Jesus sein. Weil, wenn du im Matthäus Kapitel 1 lesen, Jesus wird direkt nukumen, du wiesn sie, direkt hat die Schlechsteregeste, Jesus wird nukumen von Abraham. So, der heut, welcher Punkt ist, wir lassen diese Schrift, steht jetzt, 1. Mose 3, 5, 10. Wo seht ihr das da? Ich werde eine Feindschaft sagen, zwischen den Samen, den Samen wie Jesus, und zwischen den Schlangen Samen. So, wo wir hier muss mal an Klo haben, wo aus Paulus reden, von den Samen, der wiesst, krägt reich Jesu haben. So, an dieser Frage, kann ich das einig sein, und wenn wir das kennen, unsere Tauharcher hat mit Helpen, und sagen, Gott, wenn ein Mensch, du wirst rückkommen, oder wirst du verstehen, du wirst du tun. Gott rät zu Abraham, sagt Abraham, ich will deine Samen sehen, ich will deine Nukumenschaft sehen. Wer wird die Nukumenschaft? Die Nukumenschaft wird Jesus. Okay. So, wenn die sehen, ob Jesus noch zu hören, dann muss man nur studieren, und sagen, so, wenn Jesus den kriegt, wer kriegt denn dann noch? Wollt ihr nicht sagen? Wer kriegt denn, wann Jesus den kriegt? So, zu dort werden wir bloß weiter wieder lesen. Nüweit wird dort, dort wirst du hören. Wie es heißt hier, nicht zu fehlen. Nicht zu fehlen. Nicht zu fehlen. Aber ein. Bloß ein. Bloß ein. Und dort, wie ihr klagt, was der Pharisäer, fehlt euch wie, worum soll das du sein? Worum klagt hier der Tritt? Und jetzt wird das meint, wenn Jesus zu den Pharisäern sieht, der sieht, Abraham, der sieht jetzt, du bist noch nicht nur 50 Jahre alt, und du sagst, du hast Abraham gesehen. Dann sagt er, Abraham, sag mir. So, als Gott Abraham redet, an dem sie eine prophetische Übung, sag Abraham, Jesus. Dort, wenn wir lesen, wir würden den falsch lesen, wo das ist, Johannes Kapitel 8, der sagt, Abraham sag mir, und der fragt sich, dass er mir ein Dach sagt. Das ist Johannes 8. Und Johannes 8, wenn wir den Pharisäern lesen, wenn wir ihn, dass er, dass er, dass er, dass er, wenn Abraham in Wertlichkeit sagt, wenn wir sagen, dass das Johannes Kapitel 8 ist, das ist Johannes Kapitel 8. Du lebst mir gar nicht, es ist ein Fehler, als er die Pharisäer sehen, dass er noch nicht nur 40 Jahre alt ist, und er ist 50. Die sehen, dass er nicht nur 50 Jahre alt ist. Okay, was ist das hier? Wo er von Vers 2, Vers 52, bis er 50 lesen, aber es ist 57, du willst wieder lesen. Vielleicht würdest du den Titel nehmen, und lesen. Okay, Johannes 8, Vers 52, sagst du? Yes. Ich sage, Junt de Warhet, wer meine Wirt hält, wird ewig nicht den Daut sein. Das ist die 8, Vers 52? Johannes 8, Vers 52. Okay. Meinst du 2, 2, hier hast du die 3 und da, ich habe geschrieben, aber das ist das. No, ich sage es schon nicht. Vers 52, nicht? Und dann sehen die Jüden, dann, nur sei wie, dass du einen weisen Jesus hast, aber haben in den Parfaiten sein gestorben, und du seist, wer meine Wirt hält, wird den Daut niemals schmacken. Was du geraten, was ans Fuder Abraham wir? Der stirbt. Und die Parfaiten sind gestorben. Was merkst du dir selbst? Jesus sagt, Wenn ich mir selbst ehe, es meine Ehe nicht. Aber das ist mein Fuder, der mich ehrt, von dem die sein, der heute Gott ist. Und die kann er nicht. Ich über kann er. Und wann ich sein würde, dass ich ihm nicht kann, dann würde ich liegen, so als ich. Aber ich kann ihm in der Hälfte sein würde. Nun, Vers 52, und sei ein Wichtgepunkt. Jün, vor der Abraham, freut sich dorthau, dass er meinen Tag sein soll. Und er sagt dem, in der Frau, dann sehen die Jüden, du bist noch nicht mehr 50 Jahre alt. Und hast Abraham, ihr Sein, Jesus seht an, ich sah, Jün, die Wahrheit, Eier Abraham, wir, sie, ich. Dann haufen die Jüden Steine ab, nur am Tischmieden. Jesus überverstößig, verleiht den Tempel, in Jinkbach. So, diese Farschen, die sagen, das Olaüte. Was die sagen, das ist, ag wir, euer aus Abraham, ag wir, versprechen, euer Abraham, geboren wir. Die sind, lüten, anangekommen, und die wollten, nicht, dass du, vor Abraham, in Wirklichkeit, der red, von diesen selgen Samen, von denen, den wird die Nü, nicht ohne ihm, von denen reden. Dann sagt er, Abraham, sag mir da. So, es geht, zu Abraham reden, da, in Wirklichkeit, wo du waren, da ist das, Gott, im Rauf, in der rete Abraham. Dann sagt er, ich würde die, in Sehe, in Menschen waren, der ich die gesehen war, der ich dienen Samen. Menschen würden glauben, okay, das meint, diese Jüden. No, das meint so viel, an Abraham, seine Nukumschaft, wo war Jesus geboren. Yes. Und, das wird Gott, Abraham, so geben. Und wie sagt er, in der, die waren, alle Fälte, abbeirrt, gesehen, und Abraham, schickt verab, am Geist, und sagt dort, die sagt dort, was die Pharisäer nicht sagen. Die Pharisäer, kicken bis dort, wie sind die Nukumschaft, was immer wir tun, und wie sagen Abraham, sie nicht kennen. Und Jesus sagt, Abraham, kicken vorab, und die sagt mir, so, so, und du weinst, bis dort, Abraham, sie nicht kennen. So, wenn ich nimm, wo es Johannes Kapitel 1, der Karin Farge nicht baut, ist Johannes Kapitel 1, Vers 47, das ist, wo Jesus zu einem Jüden redet, das wir auch in Werkel, ja Jüden, krekt, das der Pharisäer, oder wir, aber das sage, wo zu diesem Jüden, wo das Akt für mich, sehr abfolgt ist, in Vers 47, das ist, wo Nathanael, Nathanael, unter den Fielenbaum satt, und dann, in Vers 47, das wo Jesus den, äh, äh, den Begegnung der, dann sagt er Vers 47, lesen wir Vers 47, aus Jesus Nathanael Kumen sag, seht heute an, wirklich ein Israelit, an dem nisch vollschritt ist. Ab Ende sagt er, behold an Israel, an Israelite, indeed, das wollte ich sagen, dass, das ist ein Israelit, das ist ein wirklicher Israelit, and what, so, das ist ein Israelit, indeed, okay, yes, ich weiß, was du meinst. So, ein Israelit, wo du bloß hast, die Buren aus Abrahamskind, nennen wir das ein Israelit, an Woi. Yes. Und da war ich gemeint, die Gläuven, und diese Verheißungslehre. So, die Gläuven, und diese prophetische Lehre. Das wird der Ungescheid erst, von diesen Bad Juden. Jesus nan, das ist ein Nathanael, und heute, und die Pharisäer, wie ein Bruder, wie ein Bruder, wie ein Juden. Jüdische Bruder. so, was ist der Ungescheid zwischen, die Pharisäer, die kommende Jesus, und das ist Nathanael, die kommende Jesus. Der Pharisäer, seinen Jüden, seinen Abraham, die die Kinger, nun geschlecht, und Jesus sagte, Nathanael, du bist ein wirklicher Jü, du bist ein wirklicher Israel, wie es deine Worte bewiesen wird, wen du gläufst, und dem, wem Gott geschickt hat. Wo du dann, 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 wo du dann einfach sagst, du sagst, du sagst, er gläufst dort, du sagst, du sagst, von wem Abraham redet. Und das, was du sagst, wichtig ist, wenn die Menschen, das zu hören, schriegst, so, wie es Nathanael sieht, Nathanael sieht, du sagst, du bist das Sehen von Gott, du bist Kenne von Israel, so, dort möge am, sein Bekanntnis, sein Bekanntnis, sein Bekanntnis, möge am, in Israel, in Israel, nur seine Worte, nur seine Bekanntnis, so, wenn wir nun, gerade diese Lehren, wieder studieren, im Nieden Testament, wenn ich nun, wenn ich nun, an den Glauben, von Nathanael, Nathanael, Ben Gunde, und ich glaube, auch an diesen Samen, was soll ich denn nun? Dann soll ich, ein Jude, ein Israelit, ein Wort. Dann soll ich, ein Nathanael, Bruder. So, wenn wir nun, drei gehen, und wenn wir nun, nur Galater gehen, und wir würden nun, klingt, besser hier ist das lesen, und hier würden wir, können wir verlesen, wo es sehr, sehr wunderbar ist, Galater, Kapitel 3, äh, wählen wir, wie jetzt nur das, Bruder John, wir wählen das einmal, diesen Grundlein, und nur das, weil wir räumen, Kapitel auf. Yes. Von Versch ein, bei den letzten Versch, durchlesen, ob uns fehlt, bloß erst, dass wir ein Fundament haben, und es fehlt, ob wir das einmal durchkommen, dann wollen wir das durchnehmen. Unser mal, Unser mal, Abraham und Menschen, die wollen, die komplizierte Versch verstehen können, und dann eine einfache. Yes. Nicht, ob wir die, die sehr einfach, nicht einfach an Schlaf, aber einfach an, leichter verstehen, und dann, wenn wir den Grund, die ich haben, wie man dann denkt, Paulus, ein Seiergelehrer Mann, und Paulus schriftet den Römer. Und Petrus sagt, hey, was von Paulus, die Dinge sagen, die sind schwarze verstanden. Und wenn du diesen Grund nicht erst nur setzt, wenn du nicht erst Träger setzt, wie es vergeht nicht, Paulus hat den Grund. Yes. Paulus wisst den Grund, die haben diesen Grund, sehr klar. Yes. So, und wenn du dann nicht Römer aufschrieben hast, die schriftet mit diesem Verständnis. Die schriftet mit diesem Verständnis. So, weil wir nicht die hier, ja. Wir sind sehr unfair, wir sind sehr eingereicht, an dieser Tauhera, weil wir nicht wollen sagen, okay, von daher lesen wir Römer auf dich. Wir machen erst das, dass wir ein Fundament haben, ab wo schriftet das Gelehrer Paulus, ab wo von Fundament schriftet er dort. Du bist, wenn du ein Kind in der Schule schicken, und du wirst in den ersten Tag, mit dem Büchern hängen, und so nicht um lesen, was können wir schaffen. Wenn du den wirst nicht A, B, C lehren, dann wird das Lesen versaut. Und jetzt erzähl ich dir, wenn wir das A, B, C wollen, von diesem Thema durchnehmen, dann, wenn ich dort kompliziert komme, von Römer Kapitel auf, dann kannst du nicht von den Buhnen raufgehen, wenn du es so abgelernen, das ist so klar, der Wache ist so klar, dann kannst du sagen, wenn das oder das meinet, das oder das sei klar, dann bist du da. So, Galater Kapitel 3, die habe ich hier mit Meier lesen, in Versaasunfang. Galater 3 Versaas. Ja, Galater 3 Versaas. So wird mit Abraham, der Glauben Gott, und dort wird er ausgereicht, in Vers 7. So 1 Versaas sagte, dass Abraham war ein Gotteskind, der ich in Glauben. Und dann sagte Vers 7, inso wir immer haben, den Glauben hat von Abraham hat, als bloß ein Gotteskind. Right. Okay? Und wenn wir Luther in den Kapitel lesen, dann sagte er sogar, dann sei wie, den sie eine Nukumschaft. In Wort werden, den sie eine Nukumschaft. Ich glaube, wir waren hohe. Dort werden Jüden, dort werden Israel. Versch auch. Der Schrift sieht dort auch in Verrüt. Okay. Der Schrift, was Gott der Abraham redet, der Schrift sagt, das in Verrüt. In Verrüt. Krach, dass Abraham dort in Verrüt sagt. Yes. Wo sagt Abraham in Verrüt? Der Schrift sieht dort auch in Verrüt, dort Gott die Felge, durch den Glauben gereicht, merken wird, in Predigt durch wen, alte Abraham in Seed, durch die Säulen, an alle Fälter gesehnt worden. Okay, first name. Und durch wen kriegst du, der durch Glauben, denselben Säulen aus Abraham, der durch Glauben hat. So, mit diesen Säulen, den wollen wir an die nächste Lektion durchnehmen. Erklär das, was wir hier nicht nennenkriegen. Was wir nicht wollen, den Säulen wollen wir nicht holen. Wenn wir den Säulen wollen studieren, das wird das, was nach Hause war, in Säulen gegründet, was wir hier gesagt haben. Was ich hier so best will haben, ist das, aus Gott, war er nach Hause, wo es Gott Abraham reden, da er dort sagt, der Schreff sagt, ein Verüßt, das sehen, die hier, die alle Fälter, nicht ein Fälter. Das ist ein sehr, 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 welcher Punkt. Sehr, sehr, welcher Punkt. So, wenn wir in diesem Kapitel würden ganz stark lesen, was wir nie, das nicht waren, dann, aber wie eine Ferienlektion los, wie den letzten Kapitel stößt dort, wo dort so ein Klormerken wird, dort die Kinga Abraham, seine Sonne, die an Christus näher gekommen sind, dort sind. So, wo da kippen wir uns mal ein, nach Topping, in vielleicht, wo wir noch ein paar mehr Farschen lesen, dort ist, aus Gott zu Abraham reden, da ist, wie die Opinie gesagt haben, dort gehirrt du Christus. Die Fräule ist da nun, die weitere Fräule ist da nun, wer kommt an Christus nähen? Der Jüd, der Hamas, der Mennonite, der Knois, wir kennen da alle nähen, nicht? So, so, wenn wir nun an Jesus nähen, kommen, den Glauben Abrahams haben, kommen wir an Jesus Christus nähen. Nur die Bibel nun, und nur Römer Kapitel 2 nun, sagt dort, wenn wir uns vom Horten, dort mal ein veränderndes Hort haben, dann sei wir ein, den werden wir noch einmal lesen, dann sei wir nur ein werkeliger Jüd. So, wenn dort veränderndes Horten ist näher gekommen, nicht bloß dort äterliche Beschniedung, wo die Jüdinnen haben müssen, da ist das änderliche Veränderndnis geworden am Hort, er kann glauben, sonst Nathanael hat, er kann den Glauben Abraham, da ist dort, sei es nur ein Kind Abrahams geworden, in die Kino, die nun kommen schafft Abraham, nannte sich Israel, nannte sich Jüden. In so gut, der Bibel Römer, das darf uns, das sage ich, ein werkeliger Jüd, das nicht, der wird von Böden in Jüd, das wird von Böden in Jüd. So, das ist interessant, zu sagen, ob er in Wirklichkeit, biblisch zu sein, der Menschen von der an, in diesem Unstieg. Nur Jesus sind wir nur, nur Paulus sind wir nur, die Menschen an Israel von der, sind überhaupt nicht Jüden an den biblischen Sinn. Dort sind bloß Jüden an den Sinn, dort der von, vielleicht sogar von Abraham, sie nur kommen schafft, sondern wird sich durch drei Haaren läden können. Aber ein biblischer Jü, der die Säen soll noch kommen, dort ist man bloß der Beschnäden am Hort. Den Säen, wort Abraham versprechen wird, hat er überhaupt nichts damit zu tun, wer er bloß nur die Schlescheregister bewiesen kann. Nicht ein Ding. Wie es Gott sieht, auch zu Abraham, alle Fälte, wo ich an die Säen, dort wird das wunderbare sein, dass Gott, dass du ein buchstäbliches Israel wier, dass wir an Gott seine Übung, nach Timmel de Plouen, dass dort für immer so, ein buchstäbliches Gott hat, zu Abraham, das sagt die Schrift, sagt auch verab, dass an alle Fälte, wer am Fächt, in der Rechdown wird, die wir am Ende nehmen. Wie falsch wird es B, wer käme in diese Verheißungslehnen, an die Jüdenlehnen, wo der verhebliche Jüde wir langen Luther? Wer wieder? Ruth. Du, wir ruht, wo der Name käme, von wo wir ruht? Wir ruhten Jüden? Na, wir ne Moabitin. Und da wir ne Moabitin, und wir holen Verhebliche mit den Jüden zu nehmen. Woher rannt der Land Luther durch? Der erste Angeschlüsse, schrecklich ist der Bann. in wem ist die Großmame wieder? Das ist die Großmame von... Von David? Von David? Und David wird ein Jüden, und Jesus wird der Sohn David. So, du wirst ein reingonzer Herd, wo du an der ästhetische Lernen kommst. Gons. Rheing, 100%. So, wo du... Worum? Sie leidt sich nicht trechschrecken von der Erde schwimmen, aber sie leidt sich nicht... Sie bleibt nicht bei einem Moabitischen Volk. So, zu sagen, Wo du lebst, du werde ich leben. Wo du stoffst, du werde ich stoffen. Sie entwerklichet. Diese Rute kann sich an den Stahlsägen an den Seen Abrahams nehmen. Der Stahlsägen an den Lernen, wo Gott in den Seen nehmen sollt. In sein Posten nehmen, wen er glaubt. Wen er glaubt. Wenn du das auch nimmst, wo Gott in den Seen, der Götter sieht, an diese Lernen, an diese ist der Verhäutungslein, wo die Propheten werden wiesen. Und ich weiß, wo er was da ist. Ich würde den Glauben nehmen, und er stofft an den Lernen an, in sein Wort in die Jud. Luther, in den Nieden Testament, wenn er die ganze, die, wo nennt sie dort? Die Sprechsteregister? Wenn er dort durchgültet, werdet ihr schämt den Lernen an? Schämt den Lernen an? So, wo die Frau, die Sache ist das dann nicht. Wenn Ruth können ein Jüd waren, war dann schon ein Jüd wie. Im Osten Testament auch. Bloß durch den Glauben. Yes. Wir können dann von der, in den Fernsehen, wenn wir die Schriftsteller recht können lesen, dass er dort wissen, dass die Menschen das können sein, dass im Nieden Testament dort in Betracht sind. So, wenn ich dann von der, im Nieden Testament, in der 2023, ich stoffe nun, kreut mit so einem Glauben an die Glaubenslein nennen, an Abraham sein Glauben nennen, und wenn Ruth ein Jüd wird, und wenn ich, John Hobron, von der, dann stoffe, dann ich sage, ich glaube, und Abraham seine Verheißung wird Gott angeben, der dort wie Jesus, und ich sage, dann Jesus bin, wo ist ein Eck dann? Ein Jüd? Dann ist ein Eck, in 100%... Dann musst du so ein Israelit geworden aus Nathanael. Dann würde Gott zu mir sein, wenn Gott mit mir kippt, Jesus schimpft in der Räume, und würde sein, du, John Hobron, du bist ein Israelit an Wohin. Was soll? Wenn du das, die Wohin von Abraham, Abraham glaubt an den Samen, was du würd kommen, und du bist an dein Lern, du hast den selten Glauben, du glaubst an den Sehen Gottes, und dadurch bist du 100% an den Israeliten. Und wenn wir von Wohin reden, dann meine ich wie nicht unbedingt, und Wohin fehlen die Pharisäer dort nicht, die werden wer weiß, was alles. Aber dann meine, dort die Duden wird den Glauben bewiesen, dort wie Jakobus sagt, den Glauben, und die Wohin ist nicht, und die Wohin und den Glauben dort nicht. Gut, dann wird das, wie das, ich lebe das große Hilfe, ich selbst mag sein, ich lebe das, wie es die Kurs anmählich die Bibel studieren, und nicht durch die Lehren, weil du das besäunst, was das heißt. Gut, dann wird das, wie das mal dabei, und dann wohnen wir nächstes Mal wieder. So, Gott ist eh. Gott, mit dir. Gott. Gott.